Schiko Schiko, noch mal! Bist du jetzt Schiko? Ja. Kollege von mir, du gesehen. Geiler Wagen, Mann. Geiler Wagen. Ich will auch mal ein Mercedes, ne? Aber im Weiß. . Willst du was trinken? Bier. Mach mal ne Flasche, ne? Kein Glas. Kein Glas, ne? Schaule, du auch ein Bier, ne? Change woman, gefang ich mal bitte zwei Bier auf den Botte. Komm, Brownie. Kein Glas, oder was? Wieso denn kein Glas? Mit der Flasche kann ich besser hauen, wenn es Stress gibt. Wie, du bist so ein Typ, der so rumrennt und irgendwelchen Leuten auf die Fresse haut, oder? Na, dann werde ich was davon haben. Ja, probere. Fortsch, ich hab immer gesagt, ich hab Halsschmeißen, Alter. Scheiß Eis raus, Alter. Sorry, Brownie. Mach mal ne Ansage, mach mal nen Vorschlag. Ich will's nicht scheißig wieder gut machen. Schmeißen Sie ihn raus, nehmen Sie mich. Alter, was lachst du eigentlich? Alter, der disst dich gerade selber abmerksam. Mann, im Ernst jetzt? Ich mein, was haben Sie denn gedacht, ne? Als er zu Ihnen gekommen ist und gesagt hat, da hat mich jemand abgezogen und mir auf die Fresse gehauen. Was wollt ihr gedacht haben? Was hätten Sie gedacht, wenn er zu Ihnen gekommen wäre und gesagt hätte, da wollte mich jemand abziehen. Ich hab ihm aber auf die Fresse gehauen. Verstehen Sie, Sie haben den falschen Mann. Nehmen Sie mich, Mann. Ich lass mich nicht abziehen. Warte mal zwei Sekunden, Alter. Wie jetzt? Ganz rum, haust irgendwelchen Leuten von mir auf die Fresse an. Jetzt soll ich dich einstellen, oder? Ja, was glauben Sie, warum hab ich ihn denn auf die Fresse gehauen? Ich wollte zu Ihnen, Mann. Anders wär ich gar nicht an Sie reingekommen. Deswegen bin ich hier. Ich will für Sie arbeiten. Kannst du zehn Dinger grasen in zehn Tagen verklopfen auf Klein? Ja, kann ich. Ich will meinen besten Freund dazu. Ist ein derber Typ, mit dem pack ich das. Kein Ding. Pass auf, Digga. Ich mach dir ein Angebot. Ich geb dir zehn Dinger auf Chris. Ich geb dir ne Wohnung. Ich verklatsche ihn genau zehn Tagen. Und zwar nur aus der Wohnung heraus. Nicht von der Straße. Ganz wichtig. Und ich will vier pro Kilo. Alles klar? Ja? Ja, dann auf meinen Bruder Scholle, ne? Auf Scholle? Was guckst du so, Alter? Muss ich auch nicht wundern, wenn ich keiner respektiert bin. Du aussiehst wie eine Fotze. Sollst du mal ne Mütze auf, ey? Jenny, bring mal ne Mütze bitte, Alter.